Hi und wieder zu einem Perlstück mit mir. Wieso das jetzt so darliegt, das erkläre ich euch jetzt. Ich habe hier auch schon das Wachs, weil ich immer wieder Fragen dafür kriege, werde ich dann auch noch ein bisschen was dazu sagen. Wundert euch nicht, ich habe dieses billige Teddy-Garn hier. Das ist reines Kunststoff-Garn und der kreuzelt sich halt wie die Sau und deswegen benutze ich sehr gerne dieses Wachs. Kriegt ihr in jedem Shop inzwischen bei Whip-Cross-Stitch, New Crafty oder Diabite-Shoes oder One-Day-Saving und wie sie nicht alle heißen. Da kriegt ihr auf jeden Fall dieses Wachs und ja, ihr seht schon, ich habe da auch schon richtig Riefen drin. Da, seht ihr es. Es wird nicht wenig genutzt, das mit den Riefen stört mich, weil irgendwann funktioniert es ja nicht mehr und da bleibt dann irgendwann so ein Stück übrig. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich das dann mache. Ich habe auch schon überlegt, das einfach auszunehmen. Ich habe hier auch schon Faden vorbereitet, weil viele auch sagen, dieses Wachs würde Rückstände auf den Perlen hinterlassen. Ich benutze das schon die ganze Zeit, seitdem ich dieses Bild mache. Und ihr seht, ich kann da richtig nah rangehen. Ich habe keinerlei Rückstände auf den Perlen. Gar nicht. Ich benutze es wirklich schon, das ganze Bild. Und ja. So, jetzt muss ich einfach den Anfang wieder finden. Da ist er. Und da kann man das jetzt unter anderem drauflegen. Und einfach durchziehen. Das ganze Gedöns. Er ist jetzt sehr, sehr lang, weil ich es ja doppelt auch nehme. Na komm, jetzt liegt da auch noch meine Schere drauf. Ich habe nur einen Kilometer abgeschnitten, Leute. Kann sich nur um Tage, Jahre, Jahrhunderte dauern. So, könnte man das jetzt auch benutzen. Könnte man. Oder man lässt es da drin. Aber irgendwann sind halt so viele Riefen drin, dass es eventuell irgendwann nicht mal funktioniert und abdröckelt und was weiß ich. Aber da werde ich mir auch noch irgendwas ausdenken. So, jetzt muss ich den Faden doppelt legen. So. So. Und dann brauchen wir das Nädellein. Und fädeln es ein. Ich werde auch Friede gefragt, was ich für Perlnaden benutze. Ich werde es immer mal wieder in jedem Video mal, die Leute, die mich lange kenne, werden es immer, wissen es schon, ich werde es trotzdem immer mal wieder reinhängen und zeigen, welche Nadeln ich benutze. Es geht einfach darum, dass es auch neue Zuschauer gibt, die meine alten Videos noch nicht so kennen. Und ja, ich benutze diese. Also, ich habe sie in AliExpress bestellt. Ich habe jetzt inzwischen, ich glaube, 300 Stück da. Da muss viel passieren, dass das, ja. Also, es ist ein lebenslanger Vorrat, den ich jetzt inzwischen da habe. Und der kostet 250 Stück, glaube ich, 23 Euro. Aber es ist ein lebenslanger Vorrat. Und das Ideale bei diesem Doppeltlegen ist einfach, dass ich jetzt hier rein kann. Dann warte ich, bis die Schlaufe kommt. Seht ihr, da ist die Schlaufe. Und dann kann ich in die Schlaufe gehen. Na komm. Und dann ist das Ding auch angenäht. Und ich kann wieder anfangen, mit euch Perlenstippen zu machen. So. Wir werden das Ganze ein bisschen näher betrachten. Wir werden mal bitte, ich muss ein bisschen mit der Kamera jetzt rumspinnen. Damit ihr das bestmögliche Ergebnis habt. So. Und jetzt steche ich da oben rein. Ich muss nämlich von unten nach oben sticken. Dass die Perlen eine Richtung haben. So. Jetzt können wir weitermachen. Ich habe gedacht, ich nehme da jetzt euch einfach mal mit. Um euch nochmal zu zeigen, dass es in der Form keine Rückstände gibt. Und es sich wirklich, wirklich gut sticken lässt. Und es kreuzelt sich halt einfach nicht so. Ihr könnt es auch gerne für DMC-Garn nehmen. Also gerade fürs Kreuz sticken und so. DMC-Garn ist ja auch so, was sich gerne mal kreuselt. Dann kreuzelt sich das Garn nämlich nicht so. So, wartet mal. Jetzt passt es. Ähm, Mino ist da. Was ich euch noch erzählen wollte, ist dieses Gloriana-Garn, was ich euch erzählt habe. Dass ihr da neun Monate Wartezeit habt. Das ist wirklich wahr. Ich habe jetzt auch schon bereut, ich habe jetzt die Stickpackung gekauft und so. Ich werde sehr viel Zoll zahlen. Äh, die Stickpackung, also dieses Garn-Set, wartet mal, ich kann es euch mal zeigen. Ich habe euch die Seite auch schon gezeigt. Die Seite schon gezeigt, wie die heißt. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz drauf ein. Und deswegen sollten wir den Autofokus rein machen. Und zwar ist dieses Euro Cross Stitch, Euro Pean Cross Stitch, wo du dann unter anderem dein Chatelaine eingeben kannst. The Irish Mandala Kannst du Chatelaine jetzt angeben. Das ist ja das, was ich jetzt gekauft habe. Und hier kannst du das Diagramm kaufen. Aber da habe ich euch ja schon im Stickjunkie erklärt, dass ihr das bitte nicht machen solltet. Ihr solltet das eigentlich bei Chatelaine kaufen. Und da kannst du unter anderem dann die Pakete wählen, wie das Paket. Das ist das Stickgarn-Paket. Ihr seht, das ist ein Preis. Das ist eine absolute... Aber ihr seht hier, hier ist das Faden-Paket. Das ist das, was drin ist. Das ist es jetzt zehn Stränge Waterlily, vier Stränge Wildflowers, Dingery Dye Silk, Dingy Dye Silk? Heißt das wirklich so? Ich weiß gar nicht. Gloriana, elf Docken, drei Stränge, also drei Docken, Gloriana. Es sind immer Docken. Es ist jetzt nicht... Und unter anderem sind halt natürlich... Ich glaube, die DMC sind gar nicht dabei. Weiß ich gar nicht. Dann ist dieses NPI-Garn dabei. Das fand ich jetzt persönlich wichtig. Das kannst du dann da oben auch auswählen. NPI. Was dann auch nochmal 23,75 kostet. Und das Perlen-Paket. Die ganzen Perlen sind da drin, die ihr für das Chattelain braucht. Wenn ihr richtig gerechnet habt, ja, das ganze Ding hat mich 450 Euro kostet, glaube ich. Mit Versand sind nochmal 28. Leider war ich zu blöd und habe keinen versicherten Versand genommen. Jetzt kann ich natürlich persönlich nur hoffen, dass es ankommt. Aber in dem Augenblick, wo ich es bezahlt habe und gekauft habe, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wenn es denn bei mir ankommt... Und es ist aus der USA, glaube ich. Die sind, glaube ich, in der USA. Da könnte man vielleicht mal ins Impressum gucken. Einloggen, Design, Heimat. Ich nehme die Seite, besuchen sie die sechs Monate. Wir erleben längere Verzögerungszeiten. In einigen Fällen mehr als sechs Monate. Das ist jetzt zum Beispiel vom Gloriana Garn. Ja, aber ich habe... Sie haben auch hinzugefügt, dass es ohne Gloriana Garn auch schicken. Aber was bringt mir das? Ich will das Schädelé so sticken, wie es ja vorgegeben ist. Und ja, deswegen... Na... Ihr seht, es sind echt schöne Sachen dabei. Aber ich sehe jetzt nicht, wo das Impressum ist. Ich weiß, dass sie eins haben. Ah, hier über uns. Ja, da steht jetzt die Geschichte drin. Also irgendwie finde ich da jetzt auch nicht so wirklich, woher sie kommen. Ja, also ich weiß nicht, woher sie kommt. Ja, also ich weiß nicht, woher sie kommt. Ja, jetzt bin ich irgendwie bei Spotify gelandet. Ich weiß gar nicht, warum. Normalerweise sagt man ja immer, wenn man nicht kontakte uns. Ja, die sind aus der USA. Wie ich stehe da von Henderson. Nv. Könnte man mal gucken. Henderson. Henderson. Äh, ja. Das Zahn fehlt, ne? Wenn ich mal wieder verklickt. Suchen. Boston. Also es ist... Ah, ich habe es vielleicht falsch geschrieben. Nee. Anderson heißt es, glaube ich. Stadt. Nevada. Also es ist in Nevada. Also sie kommt wirklich aus der USA und das braucht halt auch eine Weile, bis das dann mal da ist, ne? Jetzt habe ich euch aber genug vollgequatscht und gezeigt und gemacht und ich habe mir immer noch nichts gestickt, so wirklich. Ähm, ja. Und ihr macht das jetzt unter anderem, ich glaube schon eine ganze Weile, ich glaube seit 2010, also schon eine Weile, und schickt uns diese Stückpackungen. Und wie gesagt, ich habe einfach nicht nachgedacht. Ich hätte diese 50 Euro in die Hand nehmen sollen und hätte es versicher lassen sollen. Nun ist es nicht so. Aber ja. Ist nicht schlimm. Und da kommt schon ein Baby. Irgendwie will es gerade überhaupt nicht. Jetzt. Jetzt gehen wir mal hier auf Autofokus, dass das wieder einigermaßen passt. Also wie gesagt, man muss mindestens sechs Monate warten. Ich habe bei einer lieben Abonnentin gehört, die hat schon eine E-Mail gekriegt, die muss neun Monate warten. Also bis zu neun Monaten. Ich warte eigentlich schon drauf, dass sie mich auch anschreibt und sagt, ja, sie müssen auch bis zu neun Monaten warten. Ja. Und dann musst du ja noch die Lieferzeit berechnen, ne? Also bis das dann bei uns ist, je nachdem wie das verschickt wird, wenn es mit Schiff kommt, kann das bis zu acht Wochen gehen, ne? Also das geht dann schon eine Weile. Und wenn der Zoll jetzt dran geht, fast 500 Euro. Ich müsste mal gucken, was das dann an Zollgebühren sind. Aber das werde ich dann schon früh genug erfahren. Das werde ich dann früh genug erfahren, glaube ich. Ich hoffe bloß nicht, dass ich irgendwo hinfahren muss, um das zu holen. Das wäre echt kacke. Weil ich glaube, unser nächster Zoll ist in Karlsruhe, da fahre ich auch fast eine Stunde. Also dreiviertel Stunde. Müsste ich gucken gehen. Naja, die werden es mir schon was sagen. Ich werde euch auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn es da ist. Dann kommt es in einen Jig-Junkie rein und da werde ich auch erzählen, wie viel Zoll das mich gekostet hat. In der Hoffnung, dass es ankommt, ne? Ich werde jetzt auch schon überlegen, ob ich es da anschreibe und einfach den Versand erhöhe. Also diese Chatelaine ist richtig teuer. Es ist auch ein Riesen-Chatelaine. Es ist noch größer als das, was ich jetzt habe mit dem Irish, äh Irish heißt, Scotland Mandala. Und das Scotland Mandala ist schon groß, ja. Aber Scotland Mandala hat mich jetzt inzwischen auch fast 400 Euro gekostet. mit nochmal doppelt, äh, Schettel, äh, Vorlage kaufen und hast du nicht gesehen, ne? Also, die Preise haben ganz schön angezogen. Habe ich gesehen, auch beim Gloriana und My Water Lily und ja, die Nachfrage ist halt einfach riesig, seitdem dieses Corona ist und viele jetzt auch, auch Handarbeiten machen. Ist es ganz schön, hat sich's ganz schön aufgeschlagen. Ist bei den Perlen-Stick-Bildern genauso. Es ist ja auch in Ordnung. Ich bin bereit, dieses Hobby so zu bezahlen. Ich bin glücklich, froh, dass ich dieses Hobby habe. und ich zahle auch gerne mal mehr dafür. Aber ich habe so viel da, eigentlich brauche ich gar nichts mehr kaufen für mein ganzes Leben. Natürlich habe ich das jetzt mit den Stickpacken mitgekickt vor von Rostitch Corner. Das werde ich in meinem nächsten Stickjunkie zeigen, wenn ich nicht sogar eins schon abgedreht habe, weil ich drehe gerade vor. Videos vor. Vielleicht habe ich dann gerade den Stickjunkie schon hochgeladen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das dann, dass dieses Paket schon dabei oder ich mache ein extra Video-Unboxing mit diesen Stickpackungen. Und zwar kriegt ihr da so eine Wundertüte. Das hat Kraft in Wedding hat mich damit infiziert. Da habe ich das Video geguckt. Und ich habe natürlich nicht einmal bestellt, wie jeder normale Mensch. Da sind vier Stickpackungen drin mit Garn, mit Stoff, mit allem. Und habe es gleich zweimal bestellt. Musste es ja dann. Vielleicht acht Stickpackungen. Aber ich habe gedacht, wenn ich es doppelt habe oder mir irgend so etwas nicht gefällt, ich will ja eh bald ein Gewinnspiel machen, wenn ich nicht sogar schon eins gemacht habe. Das weiß ich auch noch nicht. Das mache ich ja auch in meiner Facebook-Gruppe. Steht unten in meiner Infobox. Braucht ihr gerade den Link anklicken und auf Beitreten drücken. Ja. Dann werde ich das mit verlosen. Und da kann sich ein anderer darüber freuen. Ja. So, in diesem Sinne werde ich mich jetzt verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Ähm, ja. Macht es gut. Bleibt gesund. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Bye. Und dann geht's.